Hallo und herzlich willkommen zurück zu Far Cry 3. Ich habe gerade so einen Außenposten erobert. Ich glaube beim nächsten Mal zeige ich das mal. Ich wollte jetzt kurz wieder so eine Nähmission machen. Ja genau, das sind alles Schweine. Du bist hier. Gut. Wir klauen uns mal ein Fahrzeug. Und dann fahren wir mal da hin. Mir wäre ein Flugzeug lieber, weil irgendwas was fliegen kann. Weil diese Straßen sind nicht zuverlässig. Genau bringt sowas. Steck aus, Kollege. Und ich habe mir ein Scharfschützengewehr geklaut. Aber das ist zu laut. Deswegen nehme ich mal lieber den Boden. 100 Meter. Gut, da rutscht der Halt runter. So, erreiche. Finde und töte den Kommandant. Rett einen. Du bist der Kommandant. Okay. Hatschert. Hatschert. Geschafft. So hätte er es mal nicht machen sollen, aber... Es hat funktioniert. Was ist denn hier? Ist das eine bessere? Ja. Was hast du denn für eine? Achso. Die Medusa. Ja, dann folgt mir, wenn ich ein toter Mann bin. Dann laufen wir mal schnell zur anderen Mission. Mist. Ich hätte... Nicht runterspringen sollen. Nein. Jetzt muss ich einmal komplett rausnehmen. So, ich wollte gucken, ob das wieder sein... Das macht Spaß, zu rutschen. Seid ihr Gute? Ja, sie sind gut. Ich wollte die nicht angreifen. Mir ist das Messer ausgerutscht. Tut mir leid. Ich wollte eigentlich nur schreien. Okay, dann bin ich halt wieder hier. Bei der Mission zittert. Jetzt... Ja. Hat es geschafft. Klauen wir uns kurz den an. Okay. Ich laufe. Wenn hier keine richtigen Straßen sind, dann kann ich auch nichts für... Kann ich dich... Kann ich mit dir besser fahren? Ich habe es nicht so mit Autofahren. Bin fuckbar. Deswegen laufe ich lieber. So wie jetzt. Komm. Du bist mir noch... Okay. Du willst mir einen erzählen, du kommst noch nicht hoch. Selbst ich komm da hoch. Ein sehr großes Gebiet. Kannst du den da auch mal markieren? Oder ist er tot? Ich glaube, er erscheint tot zu sein. Gut. Warum führst du Selbstgespräche? Achso. Du hast... Gut. Wir müssen jetzt da rein. Lass... Entdeckung vermeiden. Funker Lauten aus töten, um... Oh, Mann. Ich mach gerne Fotos. Ich bin... Ein... Tourist. Ich muss alles fotografieren. Oh, ich könnte es schaffen. Ich könnte es schaffen. Ich habe es geschafft. Komm her. Halt's Maul. Halt's Maul einfach. Wie gut hatte ich denn meinen Fall getroffen? Ehrlich? Das stand doch gerade... Noch mal. Noch mal. Noch. Verärtslich. Ich... Warum führst du Selbstgespräche eigentlich? Hast du vor irgendwas Angst, Mann? Was ist der da hinten? Shit. Wo wurde ich entdeckt? Ich weiß es nicht. Willst du mich verarschen? Ja. Jetzt bin ich schon hier. Mit der falschen Waffe. Das Funkenerlaubnis töten, um an Informationen zu kommen. Was ist los? Soll ich dich nicht plündern? Soll ich dich plündern? Ich geh mal weiter. Ich geh mal weiterheden. Oh, schon, das war die Lerhäuser. Soll ich 40. Ich bin 40. Ja. Ich bin 40. Soll ich, wo sie ist. Der Weg. das sieht nicht gut aus ich muss da scharf schützen die werden los werden ich bin natürlich mal lieber nicht darf ich dich jetzt kindern oder was ist denn das nächste ziel so in der richtung also feiner habe ich noch schön dass hier so viele schätze sind schütz 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 von wo richtigen bei den finger nein doch nicht ok er ist verschunden kann man ein bisschen hier da bin ich doch ich glaube gut wo ist das funkgerät da ist das funkgerät sind hier auch feinde ich weiß es nicht ich muss nach oben was sind die schätze hier ich scheine im schiff dann zu sein bis auf einer hoch 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 weiter hoch und rein da panzer ja danke möchte ich mal eine schutzweste was sobald das geld von den eltern kommt gehen die geiseln auf den schwarzmarkt und wir beliefern deine käufer doppeltes geld das gefällt auf auf der medusa wurde alarm ausgelöst ihr penner wir sehen es wir sind am nächsten dran scheiße komm hierher ich bin soweit jetzt oder nie erreichend ich sehe sie sogar super du kannst sie das ich krieg sie dann noch du bist ja danke ich bin soweit soll ich sie jetzt töten scheint so und ich beim wir haben Wenn man keiner hinter mir ist, ist alles gut. Ich bin eigentlich hier um die Ecke. Sei du doch ein Mann und zeig dich. Gut, dass die Waffe einen Schalldämpfer hat. Das ist wiederum nicht gut. Ja super, wirf eine Granate. Was ist mit meiner Gesundheit? Ja danke. Ich weiß, dass ich mich... Ich hab doch Steine. Lass, lass, lass. Hey Dennis, bin auf der Medusa. Die Raten sagen, dass... Jason, was will unseren Tod? Keine Zeit zum Reden. Komm nach Amanaki, ja? Wir brauchen deine Hilfe. Gut, gut. Kann ich ihn plündern? Geht das? Sprich mit Dennis. Ja, das können wir doch machen. Ich hab noch einen Fähigkeitsbund. Erweiterte Wahrnehmung. Was ist das denn? Unterkampf. Geschäfte sind ja ermöglichen, es geht nur durch ihren Geruch und Sprengstoff über... Achso, okay. Kann ich denn hier... Ja, könnte ich... Brauch ich aber nicht. Gut. Dann gehen wir mal Richtung Heimat. Messer werfen. Was kann ich da auch? Warum sagt mir keiner, dass ich mal Messer werfen kann? So. Ich möchte mir kurz was anderes schauen. Mach deinen Einsatz. Du bekommst fünf Messer und ich bekomme fünf Messer. Ich werfe aufs Ziel und du wirfst. Machst du mehr Punkte als ich, gewinnst du. Wow. Oh Gott, ist das... Nein. Was ist denn mit dir los? Alter, man sagt doch nicht, ich hab's dir Tage gehoren. Achso. Nee, danke. Das ist nichts für mich. Ja. Komm mal zur Ruhe, Alter. Lass mich hier anruhen. Nein, danke. Ich hab dafür keine Ruhe. Du willst irgendwas von mir, ne? Was willst du denn? Wir haben gesucht. Was wenn sie... Er trägt die Tätowierungen, der Raki hat. Er wird uns helfen. Ja, sag an. Mein Liebling. Mein Juwel. Wie konnte sie das nur tun? Mit einem Jungen? Was? Einer. Lass mich reden. Hör. Meine Tochter Nadja und ein Freund. Sie sind fort. Sie wollen... ...sich umbringen. Umbringen. Suizidgefährdet. Sie denken, das Leben wird niemals besser. Also gingen sie. Bitte. Finde Nadja, bring sie zurück. Oh Gott. Wir suchten überall. Nein. Nicht überall. Wir waren nicht am Biharrock. Bitte, Herr. Kannst du nicht? Du wirst schneller sein. Oh, ja. Ich sollte eigentlich mit Dennis reden. Ja, dann helfe ich mir kurz den Suizidgefährdeten Kindern. Lauf. Jason, auf. Oh, oh. Okay, hier ist eine Wage. Raptoren. Oder sowas in der Art wie Raptoren. Heil dich, heil dich, heil dich. Alter. Da ist noch. Brauche ich eure Haut? Ich weiß es nicht. Ja, komm. Nichts, fuck. Es war froh, gratis Haut. Ja, und ich hab wieder zu viel. Das war mir so klar. Was kann ich denn herstellen? Äh, das sollte ich mir herstellen. Ja, ist okay. So. Und. Gut. Hm, lecker. Okay. Kann ich... Nein, ich kann nicht mit dir reden, weil... Keine Ahnung, ob der dich... Du... Dummes Mädchen. Er wollte mich töten. Er sagte, er wollte mit mir fliehen. Aber als wir hier angehaben, redet er nur noch vom gemeinsamen Sterben. Meinte, dann wären wir immer zusammen. Er... Er wollte mich erschießen. Bist du hier hochgekommen? Er muss die Tiere erschreckt haben, als er schoss. Sie griffen ihn an und ich kletterte. Das hast du gut gemacht. Er hat aus, dass meine Eltern machen sich Sorgen. Danke dir. Bitte. So, jetzt verpiss dich nach Hause. Warum bist du... Warum bist du Julia? Sprich mit Dennis. Kann ich denn jetzt... Irgendwas aus dem... Nein, das ist die falsche Haut. Ich möchte das... noch mit Dennis machen. Aber ich braute mich. Lauf, lauf, lauf. Da ist Dennis. Bevor ich mit dir rede. Wollte ich schwächern. Zeit, ist klar. Kämpfe für uns. Die Rakyat werden umgebracht. Wenn du die Waffen sabotierst, ist war es geschwächt und leichter zu töten. Okay. Ich mach's. Ich wusste, dass wir auf dich zählen können. Ist ja klar. Ich bin ja auch euer Held. Die Piraten lagern ihre Waffen in dem Holzfällercamp im Dschungel. Zuerst den Alarm ausschalten. Okay? Okay. Wenn der losgeht, sichern sie den Schuppen mit den Waffen. Klau den Sprengstoff. Und dann vernichte die Waffen. Verstanden? Verstanden. Okay. Viel Glück. Danke. Kann ich trotzdem speichern? Ich sollte immer speichern. Ja, kann ich. Gut. Gut. Ich würde sagen, das sehen wir dann in der nächsten Folge. Was wir für Dennis Wiener machen sollen. Reingehauen. Geterihauen. Und dann sehen wir uns noch ein wenig. Ja, es war mir das. Vielen Dank. Vielen Dank.